Vor etwas mehr als 10 Jahren war es noch üblich, dass in praktisch jedem modernen Haushalt ein PC im Wohnzimmer stand. In meinem Fall war es ein hässliches graues Kästchen mit Plastikfond, das ich heute nicht mal unter dem Schreibtisch stellen würde. Seitdem haben Smartphones vieles übernommen, was der PC früher erledigt hat. Und für leichtere Arbeiten, für die man eine echte Tastatur braucht, sind heute auch Notebooks ausreichend gut und vor allem ausdauernd genug. Dadurch ist die ganze Computing-Sache auch wesentlich privater geworden. Jeder hat sein eigenes Smartphone, Laptops sind bedingt durch ihre Größe ebenfalls eher für eine Person gedacht und der traditionelle PC gehört nur noch zum Gamer oder ins Arbeitszimmer. Es gibt allerdings einige Hersteller, die stellen sich gegen diesen Trend. Sie sind der Meinung, dass der PC woanders hingehört, nämlich ins Wohnzimmer. Der Dell XPS 27 ist ein All-in-One, mit dem der PC seinen Platz in der Familie zurückgewinnen will. Auf den Tower wird verzichtet, sodass es nur ein Kabel gibt, das man verstecken muss. Dabei ist der PC auch sehr behilflich, denn es gibt eine praktische Auslassung, die gutes Kabelmanagement erlaubt. Zwingend notwendig ist das allerdings nicht, denn die mitgelieferte Maus und Tastatur funktioniert per Funk oder Bluetooth. Während die Tastatur zum Tippen sehr gut geeignet ist, hatte ich mit der Maus meine Probleme und so war diese im Laufe der Nutzung auch recht schnell durch eine wesentlich bessere Logitech MX Master ersetzt. Um ein PC ins Wohnzimmer zu stellen, in der eigenen Familie zur Verfügung zu stellen und seinen Gästen bei Besuchung zu präsentieren, muss ja auch etwas Besonderes sein. Im Wohnzimmer hat man in der Glasvitrine die schönen Gläser, Erinnerungs- oder Erbstücke. An den Wänden die Fotos von schöneren Tagen ausgestellt. Es ist unser analoges Instagram-Profil, bestehend aus Privatem, das wir aber allen zeigen können. Den Dell XPS 27 muss man daher genauso sehen. Unserein äußerlich passt er perfekt. Der All-in-One ist vollständig in Schwarz- und Grautöne gehalten, sodass er praktisch zu jeder Einrichtung passt. Das 27 Zoll große Touch-Display ist zeitlich und oben von vergleichsweise kleinen Rändern umgeben, während darunter sechs symmetrisch angeordnete Lautsprecher die Vorderseite zieren. Eingeschaltet sieht der XPS 27 nochmals beeindruckend aus. Hat man erst einmal diese über 16,5 Millionen Farben gesehen, welche diese Maschine mit 100%iger Abdeckung des Adobe RGB-Farbraums abbilden kann. Und das noch in 4K-Auflösung. Das Display sieht unglaublich aus und es ist wirklich eine Freude darauf, Fotos zu betrachten, zu bearbeiten oder Filme anzusehen. Der silberne Rahmen auf der Seite misst etwa 2 cm und besteht aus sehr hochwertig verarbeitetem Metall, das auf der rechten Seite nur für einen USB 3.0 Port und links für einen SD-Kartenslot sowie einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss Platz lässt. Die gewölbte Rückseite des Geräts besteht aus Polycarbonat, was der Verarbeitung aber meiner Meinung nach keinen Abzug tut. Die Oberfläche des Standfußes besteht aus Aluminium, genauso wie große Teile des Scharniers. Rein äußerlich sieht der XPS 27 einfach phänomenal aus. Fasst man ihn aber an, bemerkt man leider schon den ersten und wohl einzigen großen Makel, das Scharnier. Aus völlig unerklärlichen Gründen hat sich nämlich Dell dafür entschieden, zwei bewegliche Teile beim Scharnier zu verbauen, obwohl nur eines davon bewegt werden soll. Das Display kann nämlich nur geneigt und nicht, wie Microsoft Surface Studio, vollständig gekippt werden. Dadurch wackelt das untere Teil, wenn man das Display neigt und auch ganz leicht, wenn man es mit dem Finger berührt. Während das zugegeben keine große Sache ist, lässt es den Dell XPS 27 günstiger wirken, als er tatsächlich ist. Denn er ist alles andere als günstig. Unser Modell kostet nämlich knapp unter 2500 Euro und selbst die günstigste Konfiguration ist nicht unter 1699 Euro zu haben. Dafür gibt es aber standardmäßig dieses wundervolle 4K-Touch-Display, die großartige Soundbahn der Unterseite, sowie mindestens einen Core i5-Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher. Bei unserem Modell wurde das Upgrade auf einen Intel Core i7, 16 GB Arbeitsspeicher, sowie einer 512 GB großen SSD gemacht und zunehmend gibt es statt der integrierten Grafikkarte eine AMD R9 M470X mit 4 GB Grafikspeicher. Allzu viel rohe Leistung bekommt man von der Hardware also nicht für sein Geld. Wobei man bei der Rechnung das 4K-IPS-Display nicht vergessen sollte, das allein auf einen Preis von über 700 Euro kommt. Dennoch, der Dell XPS 27 ist keine Arbeitsmaschine, die übermäßig viel Performance bietet. Der All-in-One ist in dieser Hinsicht ein besserer Allrounder, der für beinahe jeden Zweck ausreichend Performance bietet. Das einfache Surfen im Internet bis hin zum Arbeiten mit Office ist absolut kein Problem. Auch für Fotobearbeitung ist der XPS 27 von der Performance her sehr gut geeignet. Aber mit viel mehr sollte man das Gerät auch nicht quälen. Videobearbeitung bis Full HD ist noch möglich, ab 4K wird es allerdings hakenig. Genauso auch Gaming, wofür der XPS 27 einfach nicht gedacht ist. GTA 5 läuft zwar mit einer Auflösung von knapp über HD, sowie vierfachem Anti-Aliasing, Flüssig, Rocket League, League of Legends, Minecraft und einige ältere Games sollten aber kein Problem sein. Der Dell XPS 27 ist ein beinahe perfekter All-in-One. Es ist ein Gerät, auf dem man sehr gerne seine Arbeit erledigt, das man einfach gerne benutzt und besitzt. Man hat ein großes hochauflösendes Display, das einem erlaubt sich richtig in die Arbeit zu vertiefen, vollständig einzutauchen. Und zudem gibt es einen bombastischen Sound, tolle Farbdarstellung und eine solide Tastatur. Es ist ein Gerät, bei dem man zumindest für die alltäglichen Arbeiten schlichtweg nicht darüber nachdenken muss, worauf man gerade arbeitet. Das gesamte Benutzererlebnis am Dell XPS 27 ist rund. Angefangen bei dem Punkt, an dem man sich vor den PC setzt und automatisch, ohne dass man es merkt, per Gesichtserkennung eingeloggt wird. Bis hin zum Arbeiten darauf. Wo man sich keine Sorgen machen muss über Treiber, Hardware, Performance oder Updates. All das rückt in den Hintergrund und man hat Zeit das zu tun, was man erledigen muss. Und weil das Gerät in praktisch allen Punkten nur großartig ist, kann ich nicht verstehen, wie Dell sich diesen Fehler erlauben konnte, dieses Scharnier nicht zu 100% perfekt hinzubekommen. Dieses Wackeln beim Verstellen des Displays, was man zum Glück nicht häufig machen muss, macht einfach einen schlechten Eindruck und bei einem solchen Premium-Gerät sollte das nicht vorkommen. Also das ist die Zeit.